So meine Friends, Assassin's Creed Mirage, Banks Games, kurzes, aber kleines, feines Video. Rätsel, es geht um das Rätselfreude bei der Kuppel. Wenn wir auf Lesen drücken, sehen wir hier eine riesige Kuppel, ein riesen Feld und einen kleinen Teich. Hier ist das Kreuz markiert. Ich zeige euch, wo ihr diesen Schatz finden könnt. Und zwar müsst ihr zur Eselskuppel. Diese befindet sich von der runden Stadt aus gesehen, südlich unten, bei dem Schnellreisepunkt auch. Also da ist auch ein Schnellreisepunkt, wenn ihr den schon habt. Reist dorthin, hier ist die Eselskuppel und hier wo ich stehe, seht ihr schon, einfach nur von der Kuppel aus, vom Aussichtspunkt aus, einfach nur gerade runter, nördliche Richtung. Da ist ein kleiner Teich, ich stehe schon davor und hier in diesem Teich befindet sich der Schatz. Wenn ihr nicht sehen wollt, müsst ihr euch das schnell ausschalten, ansonsten liken, abonnieren, dranbleiben, nice Sache. Wir haben einen geheimnisvollen Talisman gefunden, nice. Bis zum nächsten Mal von Banks Games, bleibt dran, ciao, ciao.